Es war eine Riesenenttäuschung für die deutschen Fußballfans im Sommer. Schon in der Vorrunde scheidet die Nationalmannschaft als Titelverteidiger bei der WM in Russland aus. Ganz klar, dass die Situation nach einem Umbruch schreit. Doch dafür bleibt gar keine Zeit. Knapp zwei Monate nach der Weltmeisterschaft wartet ausgerechnet der Weltmeister Frankreich in der neu gegründeten Nations League. Hat die Zeit überhaupt für Veränderungen gereicht? Weil der Umbruch ja minimal war, oder? Fast drei neue Leute oder so einberufen, etc. Das ist kein Umbruch. Umbruch ist, wie es jetzt gerade zum Beispiel Argentinien gemacht hat nach der WM. Die hier spielen auch am siebten ihre ersten Testspiele und haben irgendwie 18 neue Leute mit. Das ist ein Umbruch. Nee, bergab kann es eigentlich nicht gehen. Denn wenn man sich die Qualität der Spiele anguckt, dann muss es irgendwo dann doch wieder im Vergleich bergauf gehen. Ich bin zuversichtlich und ich hoffe auch, dass die Zuschauer und die eigentlichen Fans sich ein bisschen zurücknehmen. Es gibt so viele Mannschaften, die nach einer Weltmeisterschaft auf die Nase gefallen sind. Und kann man jetzt an Spanien denken und die kommen also auch wieder. Und ich denke, der Jogi Löw, der war ehrlich und ich gönne es ihm jedenfalls. Das Spiel gegen Frankreich ist das erste Spiel der Nations League Gruppe A1. Am Sonntag trifft dann der neue Weltmeister auf das dritte Team Niederlande. Deutschland hat spielfrei und macht stattdessen ein Testspiel gegen Peru. Deutschland hat spielfrei und macht stattdessen ein Testspiel gegen Peru. Deutschland hat spielfrei und macht stattdessen ein Testspiel gegen Emmerich.